Ich finde, das ist doch unbedingt ein Grund zum Feiern. Wollen wir nicht alle zu Charlie gehen und noch einen kleinen Lüpfen? Was meinst du? Du kannst doch nicht von hier weggehen, Elwood. Tu mir den Gefallen und bleibe hier. Ja, Onkel Elwood. Es ist richtiger. Aha. Ich möchte fort und ihr seid dagegen. Das macht nichts. Kleine Meinungsverschiedenheiten beleben eine Unterhaltung und es wird für alle Beteiligten niemals langweilig. Das ist sehr gut.